Schau Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hab mir jetzt gerade gedacht, machst du mal die Anmod so ein bisschen mysteriös und so. Leute, ich hab etwas ganz Spezielles für euch vorbereitet. Was mag es sein? Es hat lange gedauert, aber dann hab ich gemerkt, steht ja sowieso im Titel. Also, da ist eine Drohne. Und zwar, es ist nicht irgendeine Drohne, sondern ich habe mir vorhin von dem lieben Herrn von der Laden, von Felix, ist das überhaupt richtig rum hier? Nee, scheiße. Tatsächlich hatte ich noch nie eine Drohne. Das ist die Phantom 3 von Felix. Die werde ich mir nämlich ausleihen für den Österreich-Urlaub. Beziehungsweise, was heißt Urlaub? Ich werde da ja hauptsächlich filmen und alles. Aber die leihe ich mir aus. Und so schlau wie Felix natürlich war, hat er mir, je mehr Licht reinkriegt in diese Situation hier, und zwar hat er mir ein schönes Drohnenpaketchen dagelassen. Wir machen mal zusammen auf. So, das ist alles schön und gut. Das sieht auch ganz mega gut aus. Bin Felix auch wirklich dankbar. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass ich deine Drohne da ausleihen darf. Aber da fehlt einfach ein Akkuauflader. Die Dinger, habe ich schon getestet, sind auf jeden Fall alle bis zum Anschlag leer. Läuft auf jeden Fall bei mir. Und ja, ich werde nochmal gucken, ob ich das irgendwoher organisieren kann. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nicht so oft eine Drohne gesteuert. Und würde einfach mal sagen, wir machen einfach mal hier den Praxistest, oder? So, wir bauen das Ding mal hier kurz aus. Das schöne Dröhnchen haben wir hier. Das ist auf jeden Fall mega nice. Hier, Car und alles. Das Ding ist, kann man den Akku eher USB-Aufladen? Ist nicht so, oder? So, warte mal. Diese komische App, ne? Die habe ich mir jetzt gerade runtergeladen. Phantom 3 Professional ist das ja, ne? Können jetzt sehr wahrscheinlich nichts sehen, aber... Okay, ähm, verbinden. Turn on the Remote Controller. So, wahrscheinlich ist der auch bis zum Anschlag leer, aber... Geht der nicht an. Kann hier ja nichts machen, wenn diese Scheiße nicht mal aufgeladen ist. Ist ja alles nicht dabei. Flügel. Soll ich das benutzen, wenn hier kein, äh, wenn hier nichts dabei ist? Das Ding ist auf jeden Fall bis zum Anschlag leer. Das Teil würde auf jeden Fall sehr gut fliegen hier, aber, äh... Das ist... Dieser Felix, ne? Das ist aber auch ein Bürschchen. Kann mir doch keine Drohne geben ohne irgendwelche Ladegeräte. Aber ich bin da schon mal dankbar, dass er mir überhaupt... Oh, hier wurde schon geklebt. Man, die noch richtig festschrauben, ne? Das funktioniert ja gar nicht. Hä? Die gehen denn so aus? Ist die komplett im Arsch oder bin ich einfach nur dumm? Ah, ich glaube, ich bin dumm. Ah, ja, ich glaube, ich bin dumm. Ah, ja, ich bin dumm. Also hier der Silberne, der kommt auch auf den. So. Der geht auch fest. Die Schwarzen gehen da nicht drauf. Ach, muss man die in eine andere Richtung drehen? Oh. Das hätte man natürlich auch vorher, äh... Leute, ich mache jetzt einfach mal nur den Praxistest, wie es aussehen würde. Das macht absolut alles keinen Sinn. Ich wollte hier eigentlich schön hier in der Wohnung einmal kurz steigen lassen. Ja, Leute, ich kann das Ding hier leider nicht starten jetzt. Das ist natürlich jetzt mega scheiße. Da liegt noch eine GoPro, die ich auch noch besorgt habe für den Urlaub. Und da wird, denke ich mal, noch ein mega nices Video folgen. Das Ding ist... So, jetzt zeige ich euch was Geiles. Das Teil hier, ne? Das habe ich gebaut. Und ihr wisst ja, ich bin ja gar nicht so talentiert im handwerklichen Bereich. Aber jetzt schaut euch das mal an, damit ihr wenigstens noch ein bisschen hier von dem Video habt. So, jetzt passt mal auf. Achtung. Bam. Jetzt tue ich das hier rein. Guckt euch dieses geile... Leute, jetzt muss ich aber mal... Jetzt muss hier mal eben kurz das Licht ausgemacht werden. Das ist aber... Boah. Wow, ne, Leute, boah, da ist auch noch aus. Hallo. So. Jetzt schaut euch das mal an. Wow. Ist das nicht geil? Richtig feiner Tanneböhm. Den habe ich ganz alleine gebaut. Also, jetzt sehe ich hier ein bisschen komisch aus. Aber ich wollte auf jeden Fall noch mal sagen, dieses Ganze jeden Tag ein Video und so hochladen, und das hat mich echt mega irgendwie im Kopf... Weiß ich nicht, nicht durcheinander gebracht, aber warte mal, ich bin ein bisschen näher so. Das ist echt so mega anstrengend. Und für die Leute, die das regelmäßig machen, echt fettesten Respekt, also, dass ihr das durchzieht. Ich komme, ehrlich gesagt, gar nicht mehr ins Schlaf, weil ich immer denke, boah, was ist das jetzt mit morgen? Und jetzt muss ich auch noch ein paar Tage vorproduzieren, wegen dem Österreich-Ding. Ich freue mich tatsächlich nach dem 23... nach dem 24. echt ein bisschen abschalten zu können, mit meiner Familie, die Zeit zu genießen. Dann wird auf jeden Fall ein bisschen weniger kommen, da wir zum Ende des Jahres sind. Aber nochmal ein kleines Best-Off, glaube ich, und auf jeden Fall das Video aus Österreich. Dann sehen wir uns auf jeden Fall da wieder. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Kanal natürlich gerne abonnieren. Es tut mir jetzt echt wahnsinnig leid, dass das hier nicht funktioniert. Aber, ähm, ja, es kann nicht immer alles klappen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.